... Alleine war Antelekturin. Alleine war Antelekturin. Allein war Antelekturin. Das zeigt, dass da ein bisschen mitgemacht war, und das wirklich Thema ist. Und wir haben den Beschieden, den Beschieden namen, A-Y-O-Ka. Wir vermuten, als Afrikaner vermuten, es ist Kisuvanil, wo das herkommt. Und jetzt kommt's, A-Y-O-Ka bedeutet, die, die allen Freude bringt. ... Mich weil es gibt auch viele Kompromพ... ... ... Also, man möchte bisschen... ... ... Vielen Dank.